So liebe Freunde, damit begrüße ich euch zu einer weiteren Aufnahme des Hexit-Projektes. Ich muss erst mal was essen. So. Und ich schätze mal, dass es eher eine kleine Aufnahme-Session wird, denn... Oh, ich muss mal Fraps erst mal richtig einstellen. So. Ja. Denn... Was ist denn jetzt los? Ah, jetzt läuft's. Na, wenn ich dahinten, lol. Wenn ich dahin gucke, habe ich 50 und wenn ich dahin gucke, habe ich 100 FPS. What? Also. Auf jeden Fall wird es, glaube ich, nicht eine sehr... Lol. Leck. Alles klar. Ich glaube, ich schließe mal einige Sachen. Ähm... Das da kann ich schließen. Ähm... Ähm... Äh... Ja, gut. So. Und ich habe ja gesagt, dass wir ja hier unsere Backpacks ausräumen. Aber... Ähm... Ähm... Ich glaube, dass ich heute mit dem Hausbau beginne. Ja, werde ich auch. So. Dafür suche ich mir erst mal... Ich glaube, ich habe irgendwo Holz reingepackt. Bei mich... Bin ich mir aber nicht sicher. Aha. Das ist Aluminium. Ähm... Da hatte ich nicht 5 Backpacks. Noch hier. Ich komme mal in den rein. Ähm... Sagten mir jetzt alles nn... nicht so... Was? Ähm... Ähm... Was? 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 Ich nehme hier einfach mal das Holz raus. Äh... Hier war kein Holz. Wo war denn Holz? Ich habe doch gerade Holz noch gesehen. What? Achso. In meinem Inventar. Ähm... Dann würde ich einfach mal sagen, dass... Wir... Oder besser gesagt, dass ich... Einfach mal mit dem Hausbau beginnen. Achso, das geht ja nicht. Ähm... Ähm... Ich muss aber hier irgendwas ablegen. So. Ähm... Ach komm, ich schmeiße hier einfach mal alles rein. Halt den nicht. Was ist denn das da? Das ist der... Nein, das bauen wir alles nach und nach an. Das brauche ich vielleicht auch. Ähm... Jetzt ist es voll. Oh, hoppala. Ähm... Das kommt da... Wir haben ja eigentlich viel Eichenholz. Was? Das auch noch mal ein Backpack. Krass. Aber wieso leckt denn das so? Sag mal. What? Da fu... Alter. Ich glaube, ich mache mir mal eine kleine Aufnahme. Oder einen kleinen Cut. Bis... Äh... Gleich. So. Da bin ich auch zurück. Wir müssen... Und ich habe rausgefunden, warum das Selects liegt einfach ganz schlicht an. Camtasia. Ähm... Das müsste eigentlich gleich besser sein. Und ich habe geguckt, das Projekt ist gleich gerendert. Boah. Die Leck sind ja extrem. Problem. So. Da unten ist ein Creeper. Ich habe keine... Oh Gott. Ich glaube, wir müssen letztlich mal die Pfeile ausklingen, soweit ich weiß. Krass. Scheiße. Ich spielst jetzt so wie früher auf meinem alten PC. Hä? Ich habe keine Pfeile. Die Schnee-Sorben-Pfeile. Äh... 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 Warum? Ach du... Heihe. Ähm... Was ist denn da eigentlich noch drin? Äh... 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 Na gut. Wir haben keine Pfeile. Ähm... Da komm ich schon mal weg. So. Oh, was ist denn da rausgekommen? Kommen lauter unterschiedliche Samen raus. So. So. Würde ich einfach mal sagen... Dass ich hier sozusagen eine kleine Plattform baue. Oh, die Blüe wird aber, ich glaub' ein bisschen zu groß. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob da unsere Erde reicht. Wir gucken einfach mal. So. Einmal wissen, wann ist denn das Projekt fertig? Ah... So. Ich bin sie echt wie auf meinem alten Rechner. Genau gleich hier, obwohl ich... Obwohl da steht, dass ich mit 50 FPV aufnehme. Aber hier, guckt selber. Da trug Geld. So. So. Man. So. 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 ich glaube muss die sounds ein bisschen runter drehen keine erde mehr rd 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 rsd rd 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 so und dann geht es auch weiter aha du kommТ者 ist jetzt vorbei ich möchte ein ei jetzt wot was ist denn jetzt los Ich möchte gern, dass dieses Scheiß-Ding da oben weg ist. Bitte. Hier, das ist ein Emogenes. Steuerung. Puh. Ähm, Teleport to Mark and Change One-Way-Block-Phrase. Ba- Was? Backslash? Was ist ein Backslash? Oh. Rüstung ist auf O. Was? Was? Was denn die? LOL. Options. Ah! Äh. Äh, 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 äh. Nö, 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 nö. Das ist nicht genug. Items. oh fuck